Ich grüße Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, beim Tokyo Spring Festival 2013 zu Ihnen zu kommen. Und noch dazu mit einer meiner aller Lieblingspartien, nämlich dem Walter von Stolzing, die Meistersinger von Nürnberg. Diese Partie ist, wie gesagt, eine meiner Lieblingspartien und ich hoffe, Sie sehr zahlreich zu sehen in unserer Aufführung. Ihnen bis dahin alles Gute. Ich freue mich jedenfalls sehr auf diese Zeit. Dankeschön.